Hallöchen Freunde und Willkommen zu einem neuen Part. Kirby's Dream Land 2 steht auf dem Programm. Wir sind hier in der Gebirgswelt und nur noch der Boss steht uns offen. Und ich hab mir überlegt, dass ich die Secrets, die uns noch fehlen, dass ich die wahrscheinlich erst am Ende des Games machen werde. Weil, ja, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter benennen kann. Ach ja, hier darf man nicht auf den Hintergrund gucken, ansonsten stirbt man sofort. Also in real life meine ich. Weil der so hart gekachelt ist und kariert, da wird man komplett wahnsinnig bei. Deswegen müssen wir den Boss so schnell wie möglich besiegen. Gar nicht mal so leicht, weil der Boss ziemlich hart ist eigentlich. Jetzt muss ich nämlich schnell dahinter. Ach, hab ich auch einen Schadenspunkt gefressen. Das lief ja jetzt schon mal nicht so ganz geil. Mal gucken, ob wir es hier schaffen, gegen Captain Moon und Sunny Boy hier zu kämpfen. Hm, wie gesagt, die sind nicht hier meine Favorite-Gegner. Ich mag die nicht. Aua, und man darf auch hier kaum durch die Gegend fliegen, ey. So, BAM! Alter, der hat schon mal ordentlich aufs Maul bekommen. So, jetzt wieder schnell hinter der Sonne, äh, hinter dem Mond verstecken hier. Aber ausweichen dann. Och man, dieser Boss ist echt hart, muss ich sagen. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ähm. Ich verziehe mich hier mal lieber. Denn die, die engen mich hier ganz schön ein, diese Kollegen. Alter, es wäre schön, wenn du mir mal ein Projektil geben könntest, mit dem ich dich vielleicht beballern könnte. Zum Beispiel so eine Sternenschauer hier. Okay, die Sonne ist besiegt. Der Mond ist jetzt nur noch da mit 100% HP. Leider habe ich nur noch einen Treffer, den ich abbekommen kann. Und ich fliege einfach volle Kanne, suizidgefährdet, in die schon kaputte Sonne rein. Egal, wir haben ja noch fünf weitere Versuche. Ne, einen weiteren Versuch nur noch. Ups. Ja, wenn wir hier jetzt sterben, dann sieht das schlecht aus für das weitere Abenteuer hier in Kirby's Dreamland 2, ne. Kann schnell zu Ende sein hier der Spaß. Oh, das schafft man doch nie. Wie soll man das bitte so schnell schaffen? Oder muss man hier genau auswendig lernen, wann was kommt? Das ist hier alles sehr gemein hier. Der ganze Bosskampf hier ist sehr fies. Äh. Aua, oh, ich bin auch eine Kackwurst, ey. So, stirb. So ein Arsch, Alter. Schon wieder habe ich nur noch zwei HP. Das ist echt hart. Dieser Bosskampf ist einer der Schwestern des Spiels, glaube ich. Schnell hier rein. Und jetzt aber schnell ausweichen. Nicht, dass ich erdrückt werde von der Sonne, wenn sie auf den Boden smasht. So. Mh, lecker Sterne. Da habe ich einen Treffer gelandet. Sehr gute Sache. So, wie geht es weiter? Verstecken? Ja, verstecken. Und dann schnell ausweichen. Nicht, dass man getroffen wird von dem Mond. Sonnfell und Lunafell gibt es auch. Das sind nämlich Pokémon. Die, äh, haben auch hier irgendwie Sonne und Mond dargestellt. Oh, diesmal sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe noch zwei Treffer, die ich kassieren darf. Mal schauen, ob das gelingt. Bäm. Alter, noch ein Treffer und dann hätte ich es geschafft. Aber auch, wenn ich noch einmal getroffen werde, ist die, ist der Spaß hier vorbei. Also, da muss man gucken. Kommt jetzt die Sonne direkt nochmal? Oh ja, der Mond wird ausgelassen, weil wir den schon besiegt haben. Natürlich verständlich. So. Stirb. Ja, nein. Oh, Mann. Nur weil dieser dumme andere Stern mein Projektil geblockt hat. Hm. Okay, wir haben nur noch null Versuche. Aber so langsam scheine ich den Boss ja zu lernen. Dauert nur leider ein bisschen zu lange für meinen Geschmack. So, nimm das. Am besten nicht treffen lassen. Das ist ein ganz guter Plan, glaube ich. So, schnell verstecken hier. Okay. Das ist ein harter Bosskampf hier, muss ich sagen. Der bisher schwerste. Dieser Baum aus der ersten Welt ist überhaupt kein Vergleich dazu. Aua. Och, Mann. Das ist so fies. Alles hier ist fies. Dieser ganze Bosskampf. Und vor allem der Hintergrund. Ich hoffe, ihr guckt nicht auf den Hintergrund. Ansonsten, ja. Seid ihr wahrscheinlich gerade schon K.O. So, jetzt wieder verstecken oder was? Okay. Gerade so geschafft. Ich hätte ja schon fast erwartet, dass ich mich da wieder hätte treffen lassen. Aber alles noch im grünen Bereich hier, muss ich mal anmerken. So, gib mir den Stern. Und stirb. So. Der hat schon mal gar keinen Spaß mehr hier, dieser Sack. Okay. Schön wieder verstecken. Okay. Wir machen das jetzt ganz langsam, ganz sicher. Aua, verdammt. Lass mich da durch. Och, Mann. Das ist voll fies, dass die, äh, dass die sich gegenseitig blocken. Diese Geschosse. Das ist vollkommen die fieseste Sache der Welt. Aber egal. Wir schaffen das. Wir schaffen das ohne Probleme. So, stirb. Kack Mond, ey. Ich hasse Monde. Alle Monde sind blöd. So, und wieder schön verstecken hier. Das ist hier ein richtiger Boss-Marathon. Ich hoffe, wir müssen hier nicht mal auch mal gegen alle anderen Bosse des Spiels kämpfen. So wie bei Mario oder so. Weil das könnte mit diesem Gegner hier ziemlich eng werden. So. Verbarrikadieren wir uns wieder dahinter. Wir haben bisher erst zwei Treffer bekommen. Aber immer wenn ich das sage, dann, äh, bekomme ich direkt den nächsten. Ich dachte, das könnte ich einsaugen zum Beispiel. Aua. Och, Mann, ey. Gerade wo ich dachte, ich wäre so gut, bekomme ich hier einen nach dem anderen reingedrückt, ey. Was passiert jetzt? Muss ich woanders hin? Ne, ich muss da hin. Oh, schnell! Oh, mein Gott! Es sah so gut aus. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, dass es ganz gut aussah. Toll. Continue, bitte. Das können wir nicht so auf uns sitzen lassen. Ihr seht schon, dieser Boss, äh, ist ziemlich hart. Ich habe schon jetzt wieder fünf Minuten an dem, äh, zu verbringen. Ziemlich ekelhafte Geschichte, diese Bastarde. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das, Freunde. Wir müssen uns nur lange genug anstrengen. Und, äh, so herausfordernde Sachen kenne ich mit Mario, das ich hier gespielt habe zuvor, nur zur Genüge. Die Bonuswelten waren nämlich echt brutal schwer. Und das hier ist ein Kinderspiel dagegen. Das ist für Babys, dieses Game eigentlich. Das habe ich damals als, äh, vierjähriges Kind oder so geschafft. Und jetzt schaffe ich es nicht, oder was? Das kann gar nicht sein. Das ist unmöglich. Und wieso hat das nicht... Oh! Wieso hat das nicht getroffen? Also manchmal, wenn ich anderen Leuten zuschaue beim, äh, Let's Plays machen, dann denke ich, dass die einfach nur failen, weil die viel zu hektisch spielen. Und deswegen immer in Abgrunde stürzen oder so, oder sich von Gegnern treffen lassen. Aber ich spiele eigentlich gar nicht so hektisch, dachte ich gerade. Und trotzdem verkacke ich so hart. Mein, 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 mein! Nicht mal einen einzigen Treffer habe ich diesmal auf den Gegner landen können. Das ist ja echt eine erbärmliche Ausgangssituation. Wahrscheinlich werde ich diesen Part gar nicht veröffentlichen, wenn ich es überhaupt nicht schaffe, hier überhaupt Fortschritt zu machen. So. Oh, hat das gerade doppelt so viel Schaden gemacht, weil ich zwei Dinger eingesaugt habe? Das wäre natürlich krass. Das wäre natürlich richtig krass. Aber man weiß es nicht, ob das wirklich jetzt, äh, eine Tatsache ist oder nur eine These. Nein! Oh, der weicht genau aus, ey! Der wusste genau, was auf ihn zukommt. Also verständlich. Ich würde da ausweichen, wenn ich... Aua! Oh Mann, schon wieder! Das ist doch scheiße! Wieso springen die genau dann hoch? Das mit dem Timing ist voll schwer hier. Das ist so un... un... unsäglich alles. Aua! So, diesmal aber jetzt den voll dicht treffen lassen, nun Wurst. So, wieder schön verstecken hier. Aber ich habe schon wieder nur noch zwei Treffer, die ich abbekommen kann. Von daher ist das schon alles hier wieder ein bisschen kritisch. Kritischer als mir lieb ist. Oh Mann. Und nicht mal hier einen Stern einsaugen können. Das ist ja Sonne, Mond und Sterne vom Feinsten hier. So, hier sind wir sicher. Weiter geht's. Ja, es tut mir ja wirklich leid, dass ich hier so lange an diesem Bosskampf hier verzweifle. Vor allem, weil es hier ja gerade... Bäm! Oh, die Sonne richtig zerfickt, Alter. Vor allem wegen dem Hintergrund tut mir das natürlich leid für euch. Aber da müsst ihr jetzt mit leben. Ich muss da auch mit leben. Und ich muss sogar noch spielen. Ihr könnt ja einfach woanders hingucken. Das... Das... Den Luxus habe ich ja nicht. Naja, willst du nochmal Sonnenfinsternis hier machen, oder was? Oder was ist dein Move, den du jetzt als nächstes hier abziehst? Gib mir das. Och Mann, der war immun dagegen, weil er in diesem... In dem Sonnenbad da drin stand. So. Gib mir was zum Schießen. Zack. Volle Kanne erwischt, Alter. Ich glaube, die Sonnenfinsternis kommt nicht mehr irgendwie. Die Phase bleibt jetzt aus. Ist natürlich angenehm. So, Bäm! Noch ein Treffer und der ist im Arsch. Oder kommt doch nochmal Sonnenfinsternis? Sieht gerade so aus irgendwie. Oh, tatsächlich. Kommt nochmal. Zwei Treffer noch für mich und ein Treffer noch für den Gegner. Das ist hier das, worauf es hier ankommt. Probieren wir unser Glück. Jawoll! Wir haben es geschafft. Endlich! Oh, die beiden Ärsche sind besiegt. Hat ja auch kaum lange gedauert. Aber was erwartet man anderes von einem Bossgegner, ja? Das hier war tatsächlich der Boss der fünften verdammten Welt schon. Ich glaube, insgesamt gibt es sieben Welten. Bedeutet, wir sind schon gar nicht mal... Gar nicht mal so unweit in diesem Game. So, wie gesagt, die Rainbow Drops, die mir fehlen. Zwei Stück sind es hier. Die hole ich dann irgendwann mal nach, wenn ich da Bock zu habe. Aber das werde ich jetzt nicht auf Gedeih und Verderb jetzt sofort in Angriff nehmen, sondern das kommt später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Vulkanwelt. Oder wie es offiziell heißt, Cloudy Park. Das ist eigentlich ein Freizeitpark. Aber hier sieht es einfach nur aus wie so ein Vulkan. Das ist wirklich ein Vulkan. Wieso heißt denn das dann Cloudy Park und nicht Fiery Volcano of Death and Doom? So würde ich das ja benennen. So, gehen wir zuerst in die Welt 1 rein. Mal gucken, was es hier so für unfassbar harte Level gibt, die uns hier wieder mal die Entwickler aufdrängen wollen. Ah, wunderbar, der Regenschirm. Lange vermisst. Der Fan-Favorite-Upgrade der Regenschirm. Wer liebt ihn bitte nicht? Das ist eine Frage, die man sich stellt und man kann sie nicht beantworten. Oh, verdammt. Jeder liebt den Regenschirm einfach. Das ist einfach eine Tatsache. Sogar diese Schweinsbacken hier kann man damit mit einem Schlag wegknallen. Und auch diese Boys hier kann man auch wegknallen. Die Megatomate hätte ich allerdings gerne genommen. Aber diese Möglichkeit bestand nicht. Irgendwie sind die Sterne, die man einsammeln kann hier, also die, wo man 6 Stück einsammelt und dann bekommt man einen Bonusleben, irgendwie ziemlich rar gesät so in letzter Zeit. Oder kommt mir das nur so vor? In den ersten Stages war das irgendwie komplett häufig. Und hier ist das jetzt gar nicht mehr. Das ist sehr problematisch für so Anfänger wie mich, die darauf angewiesen sind, hier die ganzen Sterne zu sammeln und Bonusleben abzugrasen. Ah, gut. Kriegen wir alles hin, Freunde. Düsen wir einfach mal durch die Lüfte. Das ist ja die Fähigkeit, die Kirby hier auszeichnet. Kann sich aufblasen wie so ein Knetball oder Kaugummi oder weiß ich was und sich dann treffen lassen von allem möglichen Kack. So, hier geht's rein. Aber soll man da rein oder wahrscheinlich soll man da rein? Autsch. Nur noch ein Treffer, ey. Das ist echt kacke. Oh, hier muss ich gegen Mr. Regenschirm kämpfen. Der mit seinen Schuhen auf uns wirft. Ziemlich gemeiner Typ. Und auch einen tierischen Begleiter können wir damit freischalten. Ich hoffe, ich sterbe nur nicht. Denn das wäre blöd. Äh. Schnell weg da. Ein Treffer noch und der ist Geschichte. Dann ist der Regenschirm-Mousse. Der berühmte Regenschirm-Mousse. Wer kennt das nicht? So, wirf nochmal deinen scheiß Schuh. Deine Sandale. Oder was das sein soll. Wirf sie. Komm, komm. Willst du was oder was? Hier. Bäm. Volle Kanne gegeben. Und das Geilste an diesem tierischen Begleiter namens Kuh ist jetzt, dass wir unsere HP vollkommen auffrischen. Ist natürlich ziemlich geil. So, und jetzt sind wir hier. Der Wirbel-Twister. Der Wirbel-Twister ist back. Ist es nicht umsonst, ja. So. Dann ab dafür. Und Kuh lässt sich natürlich auch wesentlich besser steuern in der Luft als Kirby selbst. Das ist eine ziemlich angenehme Sache. So, und düsen wir hier volle Kanne durch die Gegend. Ich glaube, in dieser Welt ist das Rainbow-Drop erst relativ spät zu finden. Welt 6, 5 oder so. Kein Plan. Ah, hier sind die ganzen Sterne, die ich hier kritisiert gesucht habe. Nicht finden konnte. Aber jetzt sind sie hier alle auf einmal beisammen. Ist natürlich richtig cool. Können wir uns nochmal alle hier einverleiben. Und noch zwei Sterne. Und wir bekommen ein Bonus Leben. Das wäre natürlich auch richtig, richtig nice. Fände ich das zumindest. Aua. Das war verdammt dumm. Ja, nehmen wir uns Hauptsache irgendeine Power ab. Oh nein, jetzt. Oh, shit, ey. Ja, was bekomme ich jetzt? Spikes. Okay, Spike Power. Dann machen wir es halt damit. Das ist auch sehr fies, wie die Gegner hier platziert sind, möchte ich mal sagen. Weil man nach oben muss. Guck mal, hier ist das Ziel. Die Stage haben wir geschafft. Er ist klassisch. Wir haben eine Stage beendet. Jawohl. So muss es sein. Oh, das ist ein guter Sprung gewesen. Und da haben wir noch einen Stern. Nur noch einen Stern fehlt. Und dann bekommen wir ein weiteres Leben auf unserem Konto gutgeschrieben. Richtig geile Sache. So, weiter geht es in die Stage Nummer 2. Also die normalen Stages gehen ja relativ flott hier von der, ne, von der Kasse hier. Keine Ahnung. Äh, aber die Boss-Stages hier eben, gerade die Sonne- und Mond-Stage, die hat mich schon ein bisschen abgekackt. Was muss ich hier eigentlich für ein Power-Up haben? Weiß ich nicht. Spikes nicht. Oh, ich hätte so gerne das One-Up und die Sterne. Aber ich weiß nicht, welches Power-Up man dafür braucht. Aua! Okay. Spy-Power-Up regained. Ah, jetzt komme ich hier nicht durch. Das ist ja problematisch. Hier ist so ein Schwertkämpfer, der sich uns in den Weg stellt. Aber kein Problem. Aua! Ach, Mann! Du bist doch so ein Arsch, ey! Oh, jetzt habe ich mein eigenes Power-Up zerstört. Vielleicht brauche ich hier die Ice-Power. Und damit kann ich hier das kaputt machen. Das wäre ja genial. Mal schauen. Geht das? Ey, Kuh ist im Weg, ne? Es scheint nicht zu gehen, oder? Ich bin zu weit weg. Na komm, jetzt springt... Oh, jetzt kommt Kuh. Das ist eine richtige Kuh, ey. Oh, tatsächlich, das ist das richtige Item. Nur, wie schaffe ich das, ohne Kuh zu verlieren? Wie ist denn das... Wie haben die sich denn das jetzt gedacht? Ich muss Kuh doch verlieren, um da durchzukommen, oder? Oder kann ich damit zielen? Ich kann nur nach unten zielen, aber nicht nach oben. Das ist ja ein Käse. Muss ich jetzt hier Kuh opfern? Das ist doch scheiße. Aber wenn ich was opfere, dann opfere ich zuerst das Item. Hä? Was soll das? Was soll das? Wieso haben die sowas gemacht hier? Das ist doch... Gemein. Okay, Kuh, war schön mit dir. Schön, dass du dabei warst, Kuh. Ah, jetzt ist meine HP wieder reduziert auf nur einen Block. Das ist natürlich auch ein bisschen uncool. Ich hoffe, jetzt lasse ich mich nicht ein einziges Mal treffen. Denn sonst ist das Abenteuer hier schneller zu Ende, als mir lieb ist. Guck mal, da oben war noch was. Aber das ist nur so eine komische Plattform. Da ist wahrscheinlich nichts. Hm. Ich hoffe, man hat jetzt Kuh nicht noch gebraucht. Aber mit Kuh ist man da einfach nicht durchgekommen. Das ging einfach nicht. Konnte man unmöglich schaffen. Oh, oh. Nur noch ein Treffer. Und wir müssen hier durch das Gordo-Labyrinth. Das ist natürlich sehr gefährlich. Oh mein Gott. Und jetzt auch noch gegen so einen Gegner fighten. Äh, weg hier schnell. Okay, die Power ist hier nicht gerade das Geilste. Deswegen möchte ich die mal gerne ersetzen durch nichts. Aua. Ach, verdammt, ey. War ja klar, dass sowas passieren muss. Kämpfe ich jetzt direkt nochmal gegen den? Ja. Okay, und diesmal ohne Power ab. Das sollte dann wesentlich leichter sein, ironischerweise. So, gib mir deinen Stein und friss ihn selbst, Alter. So. Nein. Oh, das war nicht so geplant. Ja, die Steuerung ist erstaunlicherweise, obwohl es nur so wenige Tasten gibt, gar nicht mal so einleuchtend. Weil man schwebt manchmal aus Versehen, wenn man es gar nicht will. Und wenn man schweben will, macht man es nicht. Ziemlich unglücklich manchmal geregelt. Ich bin das nämlich so gewöhnt, dass wenn man im Sprung nochmal den A-Knopf drückt, dass man dann schwebt, also sich aufbläst. Aber das ist in diesem Spiel anders. In diesem Spiel muss man, wenn man in der Luft ist, nach oben drücken. Und dann wird man aufgeblasen. Ziemlich uncool, meiner Meinung nach. Einfach, weil ich es anders gewöhnt bin. Aber da kann das Spiel ja jetzt nichts für, ne? Das arme Spiel. Wollen wir jetzt mal nicht zu sehr kritisieren. So, was muss ich hier tun? Oh, was ist das denn für ein Power-Up, ey? Ich glaube, hier habe ich verkackt. Ich glaube, hier hätte ich etwas anderes gebraucht, um da unseren tierischen Begleiter zu befragen. Und was ist denn jetzt los auf einmal? Um Gottes Willen. Was zum alles in der Welt muss ich hier tun? Ich habe kein Power-Up mehr. Ist auch ein bisschen uncool. Kann ich hier rein? Ja. Aber was brauche ich hier? Ich brauche irgendwas. Und da ist der Rainbow-Drop. Verdammte Scheiße. Was braucht man denn hierfür? Ja, weiß ich doch jetzt nicht, Mann. Ziemlich ärgerlich. Hm. Aber die Stage haben wir auf jeden Fall beendet. Na gut. Mal schauen, wie wir das dann machen. Der Part ist sowieso bei 15 Minuten angekommen. Oder sogar schon 16. Alter Verwalter. Wir haben ja einiges geschafft heute, ne? Wir haben die Bosse besiegt und zwei Stages hier abgeschlossen. Richtig geil, finde ich das. Mal gucken, was wir das nächste Mal machen. Ob wir hier versuchen, den Rainbow-Drop nochmal zu finden. Oder ob wir einfach was anderes probieren. Seid auf jeden Fall gespannt. Und auch dabei. Denn das wird ein Spaß für Jung und Alt. Bis dann, Leute. Und Tschüssi Kowski.